Musik Jep 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 Waro 3, der Marathon geht weiter Es sind noch ungefähr 10 Sekunden Dann ist, es ist der zweite Tag Von der Vorproduktion Wir sind alle Wieder bereit, ich glaube 12 Spieler oder so Sind noch am Start, 58, 59 Und Join Server Ab geht die wilde Fahrt Leute, das ist der absolute Wahnsinn Ich hoffe, ich komme jetzt drauf, es dauert ein bisschen zu lange Meiner Meinung nach Shit, Alter, ich komme nicht drauf Nein, Leute Cancel ich nochmal Was schreiben die anderen? Scheiße, Fail to Das hatten wir gerade schon, wir hatten gerade in der Konfi das Problem Same here Holy shit, Alter, die Aufnahme Funktioniert gerade nicht, wir kommen alle nicht Nicht den Server Shit, 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 shit Irgendwas ist auch mit den anderen, also irgendwas ist mit Minecraft mit den Servern Wir kommen nicht auf den Server Sind welche drauf auf den Server? Okay Wow, 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 wow Hier kommt gerade kein einziger drauf Es wird nicht besser Holy shit Wir kommen nicht auf den Server Wir haben hier ein paar Probleme Die Gruppe wird gerade Voll gespammt Das ist abgefahren hier Das ist abgefahren Minecraft nicht funktioniert Das ist strange You know I'm talking about Ich warte jetzt mal Was die Leute hier schreiben Was hier abgeht Mal sehen was geschrieben wird In der Gruppe Schätz mal Dass wir das ganze nochmal neu starten Neuen Countdown kriegen Ich bin so gespannt Was in der Gruppe geschrieben wird 3, 2, 1 Servus Leute was geht ab Der Waro Marathon geht weiter In 2 Sekunden 1 Wir versuchen auf den Server zu joinen Ayo let's go Komm schon Server Komm schon Wir hatten gerade ein paar Probleme Dass wir hier nicht drauf kam Oh shit 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 Fehlt Oh no Es funktioniert nicht Ist irgendjemand auf den Server drauf gekommen Es kommt auch keiner drauf Damn 3, 2, 1 Servus Leute Waro 3 Der Marathon geht weiter Schnell auf den Waro Server Join in Die ganze Gruppe sagt alle Schnell drauf Yo ich bin drauf Ich bin drauf Ich bin drauf Die anderen sind auch drauf Ok 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 Scheiße Basti GHG ist gestorben Winniecraft ist gestorben Gomme hat eh gestorben What the fuck Holy shit Das ist zu krass Leute das ist so heftig Viel zu heftig Alter die Die Map wurde halt Mega verkleinert Weil ja so viel Weil so viele gestorben sind Alter Ist das krank Jetzt sind es einfach noch 2, 4, 6 7 Spieler sind noch am Start 7 verkackte Spieler Und ich bin einer davon Gut Die letzten Folgen waren ein bisschen Ja ich musste mich sneaken Ich musste halt die ganze Zeit mitbauen Ich schaue jetzt erstmal Ob ich hier irgendwo einen Namen sehe Ich hoffe dass jetzt hier auch noch alles läuft Es ist ein bisschen Chaos jetzt am zweiten Tag Wir kamen gerade nicht alle auf den Server Die Map wurde mega verkleinert Deswegen sind ich glaube 1, 2, 3 3, 4 Leute sind gestorben oder so Alter Schwede Das ist echt viel zu krass Ich versuche mir jetzt hier mal Alter 20 Blöcke hinter mir war die Wand Holy shit Manche Leute haben anscheinend echt Pech gehabt Ich mache mir jetzt auf jeden Fall erstmal so eine Chest Schau mal ob ich da dann direkt irgendwie Dings drauf bekomme Protection Jawohl Lapislazuli Level habe ich ja auch Das ist schon mal geil Das ist schon mal sehr sehr geil So Jetzt kann ich natürlich versuchen Ob ich direkt Komm ich mache mir noch eine Jetzt die Frage Lohnt sich das Dass man Protection 2 macht Oder macht man sich lieber auch eine Diamant Hose Mit Protection 1 Ähm Ich mache einfach beides Schau mal ob das geht Protection 1 Jawohl Lapislazuli Perfekt So Das Das So jetzt probiere ich mir noch eine Chest zu machen Die kann ich ja dann quasi wegschmeißen Hier den Rummel Ja gut Rummel ist gut gesagt ne Halleluja Dann mache ich mir jetzt noch eine Chest Und mache da einfach Protection 2 Also 2 dann da draus Jawohl wieder Protection Alter geil man Läuft bei mir So Dann den Amboss setzen Hauen wir hier dazwischen Und dann Protection 1 Protection 1 Macht Protection 2 draus Geil alter Sau Alter ich habe so einen Boost bekommen Von der Rüstung her Krass Lohnt es sich jetzt noch Boots zu machen Ich glaube nicht oder Ja gut aber was mache ich Ich habe Schärfe 3 Schwert Hab hier auch Schärfe 3 Genau da brauchte ich die 15 Level Die wollte ich noch farmen Das wollte ich noch machen Weil Schärfe 4 Schwert mit Fire Aspect Fire Aspect habe ich in den Kommentaren gelesen Alter Das soll so gut sein Das soll so gut sein Gut den brauche ich nicht mehr Das brauche ich auch noch Amboss ist dabei Und der Charmment Table ist dabei So Goldäpfel habe ich So Goldäpfel habe ich Wassereimer habe ich Bogen habe ich mit Power 1 Gut da könnte man noch mehr machen Ich bin aber sowieso nicht so der Bogenspezialist Deswegen grabe ich mich jetzt einfach hier weiter Halleluja Es sterben einfach Wegen der Wand Auf welcher Höhe bin ich 12 Aufgrund von Von der Map Verkleinerung Alter sind gerade so viele gestorben Da ist wieder Redstone I like Für die Level 18 waren das ne Meine ich 18 Level habe ich dafür gebraucht Ist wieder so ein Lava See Ah da hinten sind Diamanten Die geben auch immer gut Level So Diamonds are forever So Einfach hier hin So Ich hoffe hier ist niemand Das wäre natürlich jetzt saumies Wenn ich jetzt so sau unbereitet Unvorbereitet wäre Oh das ist schlecht Dann zauber ich erstmal den dahin Den dahin So Dann kommt der Diamond hier zu mir So Jetzt aus welcher Richtung kann ich Ich glaube in die Richtung wollte ich weiter Muss einfach mal schauen Gut ich bin ziemlich nah am Spawn Also am 0-0 Ich weiß halt nicht Ist am Spawn 0-0 Oder Hm das ist nämlich die Frage Ist am Spawn 0-0 Ich glaube es Ich glaube es nämlich nicht So hier haben wir wieder zugebaut Dann können wir hier wieder kurz Licht hinsetzen Damit die Leute auch gut was sehen Dann buddeln wir einfach wieder gerade aus Und schauen dass wir Ich habe schon saulange Kein Also kein Hunger mehr verloren ne Oder habe ich immer fleißig gegessen Ich weiß es gar nicht mehr Es war so stressig die ganzen Folgen Aber jetzt habe ich auf jeden Fall wieder gute Rüstung Powerbogen Wenn ich jetzt noch bis Level 18 komme Dann würde ich mich glaube ich echt trauen Dass ich irgendjemand fighte einfach Ich weiß halt überhaupt nicht Wie gut die jetzt sind Weil die haben halt wieder 5 Folgen Zeit gehabt Keine Ahnung Wieso kriege ich keine Level Wenn ich das abbaue Das sieht doch aus wie Netherquards hier Hier wurde einfach Netherquards geplant Oder Oder Das sieht auf jeden Fall auch gebaut aus Also von irgendjemandem Abgebaut mäßig Weißt wie ich meine Ist halt saukacke Wenn ich die ganze Zeit Gold farme Ich müsste halt einfach Ich will halt nicht in die Mitte ne Weil ich denke mal dass da wirklich Leute sind Ist auch Obsidian wieder Okay hier war auf jeden Fall jemand Würde ich sagen Die Frage ist wann war derjenige hier Waren die erst vor kurzer Zeit hier Oder Hm Ist halt wieder die Frage Welche Richtung baue ich weiter Einfach hier in die Richtung mal Schauen wir einfach mal Was da geht in der Richtung Einfach mal abbauen Ich will nur noch Level 18 haben Wenn ich Level 18 habe Dann würde ich echt sagen So alles klar Komm wir fighten Oder dann gehe ich zumindest hoch Und schaue mal ob ich irgendjemand sehe Ich habe halt den Nachteil Dass ich quasi kein Optifine habe Das kann Das heißt wenn ich irgendjemand sehe Kann ich quasi nicht ranzoomen Ob der da ist Oder wie der ist Wie der ausgerüstet ist Was der so an hat Welchen Style der hat Welchen Stuff der Awareness You know I'm talking about Alter hier ist sau viel Kohle Alter hier ist sau viel Kohle man Da fallen die Level einfach runter Zu mir Okay 13 So das heißt ich brauche noch 5 Level Jetzt kam natürlich durch dieses Ganze Ich habe halt sau viel Level Verschwendet Mit diesem ganzen Schwertzeug Das war halt relativ mies Ich habe mega viel Eisen Verschwendet Ich hätte mir auch einfach Irgendein Steinschwert machen können Das verzaubern können Da habe ich sau viel Eisen Verschwendet Das war auch sau dumm Ich hatte zwar mega viel Aber trotzdem Es hätte ja nicht sein müssen Dass man den ganzen Kran Dann verschwendet So jetzt hoffe ich mal Dass ich hier vielleicht Level 14 werde Dann brauche ich nur noch 4 Level Boah das gibt echt wenig Levels Ey die scheiß Kohle Boah so ein Nether Quartz Zeug Oder diese Nether Blöcke Die man da farmen kann Im Nether Die bringen halt sau viele Level Und ich bin hier die scheiß Kohle Am farmen Für Level Suckt halt richtig rein Wenn halt Nacht wäre Könnte ich auch draußen Monster Mobs farmen Aber das ist halt Weil alle auf dem Server sind Ist es halt relativ Ja risky Sag ich mal Ihr wisst ja wie es ist Wenn die ganzen Leute Auf dem Server sind Okay So Da kriegst du auch Okay es gibt auch gar nicht So viel Level Ich habe echt gedacht Dass es mehr gibt Schade eigentlich Ja und die ganze Zeit Diese Drecks Kohle Farmen Geht mir Hallo Na Find ich auch jetzt nicht so geil Dass hier auf einmal So ein Gang ist Ich sneak mal kurz lieber Ja gut was heißt Ah Diamonds Hallo Na Diamonds halt Geben halt Kann doch nicht sein Dass hier nur ein Diamond war Hallo Der den Krass Hier war einfach nur ein Diamond Das ist krank Normalerweise sind da doch Immer mehr oder Okay jetzt sind wir schon Fast Level 15 Dann brauchen wir nur noch Fünf Äh drei Drei Level nur noch Leute Nur noch drei Levels Nur noch drei Kleine Levels Level Sinjo Das ist so krank Dass einfach Veni und die ganzen Gestorben sind Zombie ist auch gestorben Okay wenn hier so viel Erde ist Dann gehen wir einfach Aller als ob ich einfach Zufallstechnisch Wegen dieser Wand Da hier rüber baue Und dann finde ich einfach Diamanten Geil Ich feier das So jetzt habe ich Wir fast schon Level 16 Ja ich grabe wieder Wie so ein Depp Irgendwie mich da durch Oh ist das stressig Ja hier ist wieder Redstone Geil 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 Bin ich jetzt Level 16 Geil So jetzt brauche ich noch Level 18 Und dann Geil man Anderthalb Level noch Leute Es wird gleich so weit sein Dass ich mein Schärfe 4 Schwert habe Und dann geht es nach oben In der nächsten Folge Wahrscheinlich Oh je Nächste Folge Wird meine Nach oben gehen Folge hoffentlich Wenn ich Level 18 Erreiche Dann machen wir mal wieder Ein bisschen Frischluft Action Jawohl Wir haben wieder Redstone Dann sind wir vielleicht Schon gleich Level 17 Oh je Geil Mann Geil Geil Übelst geil Und geil Da sind wieder Diamanten Nice Nice Alles klar Hier ist Level 17 Schon sehr sehr nice Das ist auch viele Diamanten Wieder Vielleicht mache ich mir doch noch Einen Diamant Helm Das ist halt die Frage Ob Protection 1 Helm besser ist Oder Das sind halt so Fragen Da kenne ich mich halt Überhaupt nicht aus Das ist halt so ein bisschen Ein Problem Jawohl Da sind wieder Diamants Oh da bin ich ja fast schon Diese Level Dieses Diese Folge noch Ich wollte gerade sagen Ich habe doch kein ganzes Stack Diamonds Oder Ich gerade die Diamanten Nicht aufgenommen habe Er sieht so aus Ich glaube so Zwei drei Minuten noch Boah wenn ich jetzt noch Einen Apfel hätte Das wäre auch nice Hätte ich noch Einen dritten Apfel Ach ich mache mir hier so Hoffnung Wahrscheinlich werde ich Irgendjemandem begegnen In der Schnesse Mich mit zwei Schlägen weg Und dann Ich konnte wahrscheinlich Noch nicht mal Meinen Goldapfel essen So schnell hat er mich gekillt Darauf wird es hinauslaufen Ich weiß halt nicht Wer ist denn jetzt Von den ganzen Profi Gamern noch da Ich glaube Let's Ich weiß gar nicht Oh ja gut Weißweiß Der ist glaube ich Ziemlich gut Der hat ziemlich viel Weggehauen In den letzten Folgen Oh ich brauche irgendeinen Normalen Gegner Der mich nicht direkt Wegballert Alter Wahrscheinlich sterbe ich schon Durch irgendwelche Bögenschüsse Durch irgendjemanden Weil ich gar nicht An den rankomme Und gar nicht mit dem Fighten kann Und mein schärfe Vierschwert Juckt den überhaupt nicht Weil ich gar nicht Zu dem rankomme Och Leute Ich bin ein wenig Ich bin ein wenig Traurig darüber Aber Ich werde Ich gelobe Besserung Dass ich mir Jetzt geht es mir Ein bisschen Auf den Sack Dass ich in diese Richtung Gar nichts mehr finde Schauen wir mal Einfach in die Richtung Komm schon Ich will irgendwas Finden In der Folge Level 18 Wäre noch mega geil Boah Das fuckt mir Jetzt gerade Ein bisschen ab Ich meine Ich habe gerade Mega viel gefunden Habe gut schnell Gelevelt Und so Jetzt finde ich Gar nichts mehr Shit Das makes me A little bit sad You know Warum kommt hier nichts mehr Das gibt es ja gar nicht Da wer die Fuchs Da wie es holt Das sage ich euch Leute das gibt es ja gar nicht Wenn man überhaupt nichts findet Von irgendwelche Rohstoffe Oder so die ganze Zeit Bloß die Sterne Da wegschmeißt Die ganzen Sterne Kaputtraut Das gibt es ja Allerhond Da jetzt Zerbot Zombies Das gibt es doch gar nicht Eisen Dr. Banks Der war gerade als erster Auf dem Server Ich habe gesagt Dass wir ein paar Probleme hatten Das heißt Er wird gekickt Let's fill Geht auch direkt runter Okay Das waren die schnellsten Beiden anscheinend Holy shit Demoly Alter Ich finde nichts Ich Da Da war Redstone Ich schaffe es wahrscheinlich Wirklich noch In der Folge 10 Sekunden Ich werde gleich gekickt Yeah Da ist Level 18 Wuhu Jetzt warte ich einfach Bis ich gekickt werde Bau hier noch einfach Nein ich wollte noch Zwei Steine setzen Oh no Leute das war es auf jeden Fall Mit der Folge war ein bisschen Ja ich würde schon sagen Dass ich mich noch verbessert habe Wir sehen uns auf jeden Fall morgen Macht's gut bis dahin Peace Peace . Peace Bis zum nächsten Mal.